Lass sie doch noch ein wenig rumdrollen. Es sind Ferien. Schau nur, nach ein paar Tagen auf dem Land sehen sie schon aus, als hätten sie nie woanders gelebt. Keiner würde denken, dass sie in königlichen Gemächern aufgewachsen sind. Nicht einmal die eigenen Eltern würden sie wiedererkennen bei der gesunden Gesichtsfarbe, die sie jetzt haben. Und du, meine Liebste, weißt doch auch, die Abende auf unserer Vergissmeinicht-Wiese sind die schönsten auf der ganzen Welt. Die allerschönsten. Das ist wohl wahr. Aber von der strahlendsten Schönheit allein ist noch niemand satt geworden. Und manchmal braucht man ein Mützchen schlafen. Au! Ja! Lass uns ein bisschen weh. Großvater, Großvater, schau mal, die ersten Vergissmeinicht blühen schon. Ja, das ist nicht dein Großvater, das ist meiner. Das ist schon in Ordnung, Baborka. Als König habe ich immer allen gehört. Und so wird es auch bleiben. Schade. Na, und diese schönen Vergissmeinicht hier sind für unser Königreich und für uns zwei, für eure Großmutter und mich, nicht einfach irgendwelche Blumen. Und was ist jetzt mit dem Essen, meine Vergissmeinicht? Keine Angst, ich muss nur schnell noch mit meinen Männern und Draco ein paar Sachen zu Ende bringen. Und dann essen wir alle zu Abend. Oh, Dankeschön. Wer würde denn schon das Essen der besten Köchern im ganzen Königreich verpassen wollen? Denn wer das täte, der wäre ein Dummkopf. Das könnt ihr glauben. Zwei Töpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Zwei Töpfe hat der Drache, darum lasst uns dieses Lied ihn singen, ihm damit etwas Freude bringen. Au, 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 die Schmerzen, mit denen ist wahrlich nichts zu scherzen. Au, 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 arme Drache, hoffentlich kannst du bald wieder lachen. Zwei Töpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Zwei Töpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Zwei Töpfe hat der Drache, sie weiß nicht mehr, das ist keine feine Sache. Zwei Töpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Zwei Töpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Und dabei bin ich bei dir das auch nicht zu scherzen. Au, au, arme Drache, hoffentlich kannst du bald wieder lachen. Au, 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 die Schmerzen. Mit ihnen ist, war ich nicht zu schätzen. Au, au, arme Drache. Hoffentlich kannst du bald wieder lachen. Und tschüss. Tschüss. Also dann bis morgen. Komm schon, sonst muss man mal warten. Aber morgen sind wir dann mal dran mit Gewinn. Und bis der Draco. Schönen Grüße von uns. Wo müssen Morätze zwei nä perché Secondchmal werden. In der Nähe splits. ihnen- Draco. Dann Etage 2.